Bei mir im Auto wartet der Wien. Er will spazieren gehen. Jetzt fahre ich noch ein Stück aufs Feld raus. Wien, 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 Wien. Ganz ein Wien, 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 Wien. Nach wie vor sind die Pfingstrosen top aktuell. Kommt vorbei, es hat viele schöne Pfingstrosen. Und kurzer Blick übers Feld. Diesen Metallaufstieg hat die Anne selber zusammengeschweisst. Mit diesem runden Handlauf. Cool. Gefällt mir. Guten Morgen YouTube Freunde, was macht das Bauhaus. Es ist am Samstagmorgen halb sieben. Ich habe da den Bauwagen geöffnet. Auf unserem Blumenfeld. Und ich zeige euch da mal was. Der Bauwagen ist Papier. Schnur, um Blumensträuse zu machen. Und neu hat die Anne Gartenhefte, alte Gartenhefte hier zum mitnehmen. Wer eins will. Oder im Ofen wäre ich auch noch. Es hat sich eingebürgert, dass viele Leute die Freude haben auf das Blumenfeld. Dass sie da einen Zettel nehmen und was schreiben. Sooo schön. Wenn wir hier vorbei fahren, machen wir immer halt ob für Blumen oder Kürbis. Danke Elisabeth und Ute. Danke für die Blumen und die tollen Videos von dir. Ich habe mich fest auf eure Tulpen gefreut. Grüß Francesca. Habt ein gutes Jahr und ihr seid die Besten. Schön. Grüß von Bauer Fritz übrigens auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.